Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CinemaN Will aus Liebe zum Film. Ja, endlich ist es soweit, endlich gibt es eine neue Overview meiner kompletten Filmsammlung. Die letzte ist ja schon ein paar Jährchen her und natürlich hat sich da einiges geändert. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, meine komplette Harry Potter Sammlung kriegt ihr heute zu sehen plus meine komplette Evil Dead Collection und dann natürlich Raum Nummer 3. Ja, der ist hinzugekommen in den letzten Jahren. Ich habe mein Studio umgebaut, denn es ist einfach immer mehr geworden und die Sammlung ist gewachsen und ich bin kein Freund davon, alles irgendwie einfach nur schlicht ins Regal zu stellen, sondern ich mag es schon schön präsentiert haben und deswegen drehe ich das heutige Video für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Sammlung von CineManuel. So Dala und dann beginnen wir mal unsere Tour 2019 der Collection von CinemaN Will im Keller natürlich. Wir arbeiten uns von unten nach oben durch und wir haben hier auf dem Tisch, wie man sehen kann, schon ein richtig geiles Highlight, nämlich das Harry Potter Lego Hogwarts Schloss. Ich habe ja das normale Schloss, auch diese Film Collection mit den Blu-Rays in meiner Harry Potter Sammlung im Wohnzimmer integriert. Für dieses Lego Schloss hatte ich aktuell noch keinen Platz, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist sowieso immer wieder schön an seiner Sammlung rumzubasteln und umzustellen, umzubauen und so kriegt man dann wieder einen frischen Wind rein. Und ja, bei diesem super Harry Potter Lego Schloss bin ich noch am überlegen, ob ich mir da diese Light Kits kaufen soll. Da wird ja immer wieder Werbung geschalten via Instagram und Facebook. Und da muss ich dann mal gucken. Natürlich würde das das Ganze aufwerten, aber aktuell habe ich da jetzt noch keinen Bedarf für. Ich finde, das sieht auch so richtig mega geil aus. Dann gehen wir mal über zur Hobbit und Herr der Ringe Collection. Hier oben hat sich im Vergleich zum letzten Mal leider nicht viel verändert, denn ich bin ja immer noch auf der Jagd nach der Mittelerde Ultimate Collectors Edition. Hab da bisher leider noch kein gutes Angebot erhalten. Darunter hat jetzt James Bond Einzug erhalten und nebendran sehen wir dann meine Herr der Ringe Woodbooks, die ich selbst kreiert habe. Ein paar Figuren, ein paar Lego Figuren, Funko Pops und natürlich dann die Herr der Ringe Spielfilm Trilogie, sowie noch weitere Figuren von Lego. Ich bin einfach ein super Lego Fan und es macht immer Spaß, die kleinen Figürchen zu sammeln und zusammenzustecken. Jo, und darunter haben wir dann meine Last Boy Scout Collection sowie Stirb langsam. Zur Last Boy Scout Collection ist leider nichts mehr hinzugekommen im Vergleich zum letzten Mal, denn da ist leider nichts Neues erschienen. Ich habe ja damals schon so ziemlich alles aufgekauft, was es gibt. Aber der Film ist ja jetzt vom Index runter und ich hoffe inständig, dass da irgendwann mal wieder eine neue offizielle Version, schicke Edition dieses Films erscheint. Darunter haben wir Bruce Willis in einer One-Sixthel-Scale-Figur, Custom-Figur, richtig geil gemacht. Die hat hier auch Einzug erhalten und rechts daneben haben wir dann immer noch die Transformers Age of Extension Figur. Und Legolas bedeckt immer noch den festen FSK 18 Flatschen aufgedruckt auf dem Steelbook. Nebendran ein paar Serien und die Monsters Collection. Dann sehen wir hier etwas Neues, nämlich eine neue Vitrine. Ja, der Fernseher ist rausgekommen und dafür hat eine neue Vitrine Einzug erhalten. Und somit konnte ich dann ein paar Head Editions sowie ein paar richtig coole Statuen besser präsentieren. Außerdem endlich hier oben richtig schön optisch aufgewertet die Walking Dead Collection, wo ich ja nach und nach weitersammle. Ich muss auch irgendwann mal wieder weiter gucken. Ich bin da ja irgendwie raus gewesen ab der siebten Staffel, aber es kommt die Zeit, da packt mich das Fieber wieder. Und währenddessen sehen wir hier diese ganzen mega tollen Head Editions. Also das waren noch richtig geile Editionen, die Caesar Collection, die Terminator Collections. Und hier haben wir dann Leatherface in einer Sideshow Statue. Dann eine Sawbüste, die mein Kumpel gemacht hat, der Chris. Vielen Dank nochmal und schöne Grüße gehen an dich raus. Und hier haben wir dann Jason Voorhees ebenfalls in einer schicken, schönen, massiven Sideshow Statue. Der Predator Kopf, auch da bin ich mega froh, mir den damals gekauft zu haben. Eine richtig geile Edition. Sowas kommt heutzutage leider nicht mehr raus. Mein Dracula Leatherbook und dann darunter haben wir noch Dracula Christopher Lee. Auch eine sehr tolle Figur und tolle Editionen und Steelbooks und was das Vampir-Fanherz alles so begehrt. Meine Rahmen von Ikea mit den Steelbooks drin, habe ich jetzt auf das nächste Regal draufgestellt. Auch das ist neu. Vorher war ja hier mein Weihnachtskalender. Jetzt ist ein neues Regal da. Und da kann ich dann schön meine Vampir- und Dracula-Collection präsentieren. Genauso wie die Rambo-Collection mit dem Messer, welches mir der Micha von Michas Filmwelt geschenkt hat. Auch hier nochmal vielen lieben herzlichen Dank für dieses mega tolle Geschenk. Auf der Leiter geht es von unten nach oben weiter. Hier befanden sich ja früher meine Star Wars Steelbooks. Die habe ich jetzt woanders hin verfrachtet und ein paar andere richtig schöne, mega tolle Editionen hier zur Schau gestellt. Auch da jedes ein Prunkstück. Auch die American Pie Edition gefällt mir wahnsinnig gut. Sowie die Hitchcock Edition on top. Ja, auf der Seite haben wir dann hier die Horror-Collection. Die geilsten Filmreihen ever. Freddy Nightmare on Elm Street natürlich hier mit einer Hardbox, der Handschuh und dann das Highlight natürlich. Ein weiteres Highlight, ein Foto mit dem Freddy Krüger-Darsteller auf der letzten Weekend of Hell. Dann die Mediabox von Freitag der 13. Halloween und noch ein paar schicke Birnenblatt-Horror-Media-Books. Jason hier hält die Crystal Lake Memories. Hier haben wir noch ein paar Figürchen, auch eine Rarität natürlich hier mit dabei von Trick-Archery. Dann die Freitag der 13. Vattierten Media-Books und die Vattierten Media-Books natürlich auch von Nightmare on Elm Street. Und natürlich Freddy am Start in einer massiven Statue. Die fand ich ja so geil, dass ich sie vor lauter Freude habe fallen lassen. Wenigstens habe ich die Figur noch in der Hand gehabt. Die Base ist mir am Boden ein bisschen zersplittert. Konnte ich aber kleben. Und wie man sieht, ist mir das auch richtig gut gelungen. Und hier noch ein weiteres Highlight im Keller. Nämlich meine komplette Evil Dead Collection. Yo, hier haben wir die komplette Übersicht. Alles, was ich von Evil Dead habe, befindet sich hier auf dieser Seite. Und wir beginnen natürlich mit Dana DeLorenzo, auch auf der Weekend of Hell getroffen. Da hat uns der Simi ja noch ein richtig geiles Geschenk besorgt. Er war mit ihr im Kontakt gewesen via Twitter. Und sie hat uns dann noch richtig geile Fotos geschenkt mit persönlichen Widmungen. Ash vs. Evil Dead. Ich fand die Serie klasse. Sehr schade, dass sie eingestellt wurde. Aber okay, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Darunter haben wir dann noch ein paar richtig coole Evil Dead und Tanz der Teufel Steelbooks. Und ja, englische Steelbooks, amerikanische Steelbooks, deutsche Steelbooks. Hier meine Armee, der Finsternis Army of Darkness Collection mit ein paar Figürchen. Ja, die Ultimate Collection und natürlich ist auch die Holzkistenedition mit dem mega geilen Mediabook mit dabei. Dann Evil Dead, das Remake. Natürlich auch hier alle Mediabooks am Start. Tanz der Teufel 2, Holzkisteneditionen, Steelbooks, Mediabooks. Alles, was das Herz begehrt, ist hier mit dabei. Und dann selbstverständlich vom Teil 1 irgendwie am meisten Editionen am Start. Ja, Tinboxeditionen, Hardboxen und Gummigeschosse. Ja, also da kann man sammeln, bis man blöd wird. Man kann so viel sammeln, wie man will. Und man wird nie alles haben. Aber das ist auch geil. Es ist ein geiles Thema. Genauso geil wie diese Figur. Besser gesagt, Statue hier. Auch von Sideshow. Mega geil, der Ash. Und dann haben wir hier die Nameless-Büste vom Remake. Und dann natürlich von Ash vs. Evil Dead. Viele haten diese Büste. Ja, mir gefällt sie wahnsinnig gut. Und sie macht sich echt einfach toll. In dieser Sammlung dahinter natürlich noch die Büste vom ersten Teil. Und wie man hier sehen kann, dann ein Fotoshooting mit Bruce Campbell. Und auch ein Autogramm habe ich mir ergattert. Und dieses ist dann auf meiner selbst gebastelten Hüttenedition. Und ich habe das Ganze so hingestellt, dass Bruce Campbell auf diese Edition guckt. Und hier Manuel Ash Bruce Campbell. Also das ist dann jetzt meine Evil Dead Complete Collection. Aber Leute, nur für 2019. Es wird hier sicherlich weitergehen. Weiter geht es mit dem anderen Regal noch direkt nebendran. Ihr seht es hier unten hatte ich noch ein paar Media Books. Danach Mad Max, das Original. Also die Original Trilogie. Dann das Remake from Dusk to Dawn. Einer meiner absoluten Lieblingsvampirfilme. Immer noch The Lost Boys, Gremlins. Und dann Edward mit den Scherenhänden. Natürlich Phantom Commando, Scarface und ein paar richtig coole Serien und Sondereditionen. Hier diese super schicke Edition von Sons of Energy. Jetzt muss ich dann nur noch Zeit finden, mir das Ganze endlich mal anzugucken. Scarface natürlich hier in mehreren Editionen und Steelbooks vertreten. Ja, wir haben hier wirklich so ziemlich alles am Start. Und danach gibt es hier Walk the Line. Ja, auch noch eine schöne Figur von Johnny Cash. Und natürlich Arnold Schwarzenegger, Phantom Commando. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit ihm. Er hat so viele geile Filme, aber der Film ist in den oberen Top 3 mit dabei. Genauso wie Lost Boys bei den Vampirfilmen. Und hier natürlich From Dusk Till Dawn. Da kommt ja demnächst ein richtig geiles Media Book raus. Habe ich auch vorbestellt mit der Trilogie. Wird dann auch hier Einzug erhalten. Mad Max Fury Road. Ich bin mal gespannt, ob es da noch weiter geht. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Finde diesen Teil absolut hammergeil. Und natürlich die Original Trilogie mit Mel Gibson ist natürlich auch aller Ehren wert. Und hier unten, wie vorhin eingangs schon erwähnt, haben wir dann noch ein paar Media Books. Hier die Media Books der Horror Section. Dann machen wir noch kurz das Licht an. Ein weiteres Highlight. Natürlich ohne Licht geht es natürlich nicht. Und das wertet die Collection dann natürlich nochmal auf. Und Robert England hier mit mir, mit seiner Kralle. Das war so, so, so schön. Und hier an der Leite gibt es natürlich auch Licht. Und die geile Edition von American Pie. Ich muss da immer noch lachen. Ich finde sie einfach cool. Und wenn mal Notstand ausbricht für den Sohnemann. Ja, wenn er eine Party im Keller feiert. Dann ist auch der hier mit diesem Geheimfach versorgt. Hoffentlich, ja. Schützen ist ja oberste Priorität. Auch nicht nur bei Steelbooks, sondern auch im normalen Leben. Ja, Schutz muss sein. Und dann haben wir hier noch eine kleine Übersicht der Sondereditionen im schönen Licht. Also auch das finde ich richtig gut gelungen. Und macht natürlich was her. Ebenso wie die Vitrinen. Da gibt es ja mein Tutorial dazu, wie man die zum Leuchten bringt. Es war nur ein bisschen tricky, das Ganze zu filmen. Weil die Herzfrequenz dieser Lichter eben nicht zusammenpasst mit der Frequenz, mit der man filmt. Aber da habe ich einen kleinen Trick angewandt. Es flackert zwar noch ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ich denke, es sieht dennoch richtig geil aus. Weiter geht's eine Etage höher im Wohnzimmer. Und zuallererst möchte ich euch mal einen kleinen Einblick gewährleisten in das komplette Wohnzimmer. Einen 360 Grad Kameraschwenk hinlegen, während ihr dann nach meiner Couch das neue Regal seht, zu dem wir gleich kommen. Und die Kamera ihren Fokus verliert. Übertünchen wir das Ganze mal richtig professionell und geschickt mit einem Cinemanuel Collection Overview 2019 Schriftzug. Hier sehen wir dann nach dem Fernseher das Highlight, das Prunkstück, das Herzstück meiner Sammlung. Nämlich meine Disney und Harry Potter Collection. Ja, hier dann das vorhin erwähnte neue Regal. Das habe ich extra in weiß gehalten, weil es sich in der Ecke einfach besser macht. Da ist alles hell. Da hätte es jetzt ein braunes Regal nicht so gut getan. Außerdem drückt das dann nicht so sehr. Und ich finde das ganz schick und edel. Wir haben meine Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik Collection hier mit einer Sixthle Scale Figur von Jack Sparrow. Einen Lego Head, Brick Head Kopf und was es nicht alles gibt. Richtig cool. Dann nicht Lego, sondern Playmobil. Ja, die haben richtig geile Sachen rausgebracht zum Thema Ghostbusters. Auch das ein geiles Thema zum Sammeln. Und dann haben wir Indiana Jones, die Steelbooks von Savi. Und natürlich diese Complete Collection. Darunter einfach Spider-Man. Das Remake oder das Reboot. Dann noch ein Reboot von Spider-Man. Und das völlig zerbeulte Baywatch Steelbook. Was echt mega schade ist. Aber da im Regal macht es sich eigentlich ganz schick. Dann Frank von Man in Black. Und Pamela Anderson und David Hasselhoff hier als Funko Pop Figuren mit einem Aquarium Schmuckstück. Eine Baywatch Tower. Und darunter haben wir zum Thema Wasser passend eigentlich ganz gut. Findet Dory und rettet Nemo und natürlich auch Vajana und Inside Out. Darunter haben wir dann meine Batman Collection. Auch hier natürlich wieder jede Menge Lego, Steelbooks und was weiß ich nicht alles am Start. Auch die Serie. Und ganz unten im untersten Fach sind dann meine MRAs. Der Disney Collection und Kinderfilme. Damit mir auch Spaß mit den Kleinen haben können. Tja, dann haben wir hier meine Wohnzimmerwand. Meine Fernseherwand sozusagen. Mein 50 Zoll Plasma Fernseher. Der immer noch durchhält. Auch nach 10 Jahren. Und oben drüber hält auch das noch immer durch. Wahnsinn. Ich bin begeistert von meiner Kreation. Ich weiß Eigenlob stinkt. Aber hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange hebt. Und gut aussieht. Mein Steelbook Wandboard. Und mich hat man immer gefragt, wie bleiben denn die Steelbooks da stehen oder dass sie hängen. Ganz einfach hinten oder unten eine Aluleiste und dahinter ein paar Magnete draufgeklebt. Jo. Ganz hinten an der Wandhalterung habe ich dann noch ein paar Lichter angebracht. Und diese kann man dann mit einer Fernsteuerung ganz einfach nach Belieben dann einstellen. Nach Wunschfarbe sozusagen oder nach Stimmung. Mir gefällt dieses Giftgrün einfach. Ich finde das mega cool. Dann in den Schränken neben dem Fernseher haben wir hier noch ein paar richtig schöne Collection Sachen zum Thema Guardians of the Galaxy. Natürlich Sylvester Stallone, Rambo auch hier vertreten. Ich wollte die mega coole Figur, mir gefällt sie wahnsinnig gut, nicht einfach nur im Keller lassen, sondern auch nach oben zur Geltung bringen. Und dann natürlich auch die Expendables Collection, die eher missraten ist. Aber ich finde sie für den Preis damals 45 Euro ganz okay. Dann noch ein paar Figürchen von Sondereditionen. Natürlich Superman und die geile Harley Quinn. Und Kid Rock darunter haben wir dann auch noch Deadshot. Das ist auch eine geile Figur. Insgesamt 35 Euro nur bezahlt für diese Figur. Und Batman darf natürlich hier auch nicht fehlen. Dann haben wir noch etwas. Patrick Swayze, Dirty Dancing. Ich habe das früher oft angeguckt. Habe das immer nachgetanzt. Aber ich kann es bis heute leider noch nicht. Aber ich kann eine Wassermelone tragen. Darunter haben wir dann eine meiner absoluten Lieblingsserien. The Wonder Years. Wunderbare Jahre. Mir geht das Herz auf. Und das war es mir wert, diese Collection zu kaufen. Schweineteuer. Aber das ist ein Stück Jugend von mir. Dann haben wir meinen Fernseher. Dann die kleinen Nintendo noch. Hier haben wir die Amazon Prime Box. Und darunter haben wir meinen Verstärker. Ja, nichts mega teures. Aber für meine Ansprüche reicht das vollkommen aus. Darunter die dicke, fette Lady. Die Playstation 3. Die erste noch. Die rauskam. Ein Lüfter. Da denkst du direkt Panzerrollen an. Stehen vor der Tür. Also da muss ich irgendwann upgraden. Aber ich will ja auf 4K upgraden. Und ja, mal gucken, was sich dann da ergeben wird. Die ganzen Fernbedienungen sowie Playstation Steuerung. So meine lieben Filmfreunde. Und jetzt kommen wir zum Herzstück meiner Sammlung. Nämlich meine komplette Harry Potter Collection. Unzählige Anfragen gab es ja dazu. Wann bekommen wir sie denn endlich zu Gesicht? Gleich, meine lieben Filmfreunde. Gleich zuvor. Möchte ich euch jedoch noch meine komplette Savi Disney Steelbook Collection zeigen. Jede Steelbook. Wunderschön. Absolut hochwertig. Und noch OVP. Das wollte ich mir in diesem Zuge dieser Collection unbedingt noch bewahren. Wir haben darunter dann meine Steelbooks. Die habe ich dann nach Alphabet geordnet. Ist zwar immer ein bisschen blöd, das Ganze zu verschieben, wenn neue hinzukommen. Aber so beschäftigt man sich wenigstens mit seinen Sammlungen. Und dann geht es los mit dem Schwert von Gryffindor hier oben auf dem Regal. Da hatte ich zuallererst meine Fullslips drin. Aber die habe ich verkauft, um Platz zu schaffen für diese Figuren von Harry Potter. Und natürlich auch fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind, sind natürlich hier vertreten. Hier sind sie zu finden in Cinemanuels Wandregal. Hier haben wir die Tierwesen und diese grenzgeniale Edition von Mantalab zum ersten Teil. Ich hoffe, dass sie für den zweiten Teil dann auch noch sowas Geiles rausbringen mit einem atemberaubenden Lentikularschuber. Ganz unten sieht man noch die Überbleibsel meiner Fullslip Collection. Ja, ziemlich wenig geworden, aber auch nur noch das, was ich absolut in meiner Sammlung behalten möchte. Und jetzt hier das Herzstück sozusagen meiner kompletten Collection, nämlich meine Harry Potter Sammlung. Ganz oben haben wir das selbst gebastelte Wandboard für die Schulwappen. Sowas ähnliches hatte ich damals im Elbenwald gesehen. Und das habe ich dann selbst kreiert. Guckt mal auf meinem Kanal zu den Playlists. Ich habe extra eine Harry Potter Playlist angelegt. Da findet ihr dann alle Videos, wo die Einzelschmuckstücke euch präsentiert werden. In Unboxingsvideos und Präsentationsvideos. Da wird auf alles noch genauer eingegangen, als ich es jetzt tun werde. Also wie gesagt, guckt auf meinen Kanal. Guckt in die Playlists. Wir gehen jetzt die Sammlung Schritt für Schritt und Regal für Regal durch. Hinten hatten wir ein Bild. Das habe ich vom lieben Adrian geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Dann natürlich eine Sixtle Scale Figur von unserem Harry Potter. Auch da gab es ein einzelnes Video dazu. Ein paar Funko Pop Figuren. Eine Lego Figur darf natürlich nicht fehlen. Und im Hintergrund haben wir noch ein paar dieser Sammelkarten, die ich euch ja auch schon präsentiert habe. Da kann man entweder damit spielen oder eben seine Kollektion damit aufwerten und sie als Ausstellungsstücke hernehmen. Darunter haben wir noch das selbst kreierte und gebastelte Buch. Monsterbuch, Monsterbuch, der Monster vom lieben Roland. Vielen herzlichen Dank nochmal für dieses Unikat. Darunter haben wir dann noch das Tagebuch von Tom Riddle, welches mit diesem Zahn vom Basilisken durchstoßen ist. Und links daneben noch eine Sonderedition hier vom Harry Potter, vom ersten Teil in der englischen Originalsprache. Auch das sehr spannend, finde ich mega cool. Und dann schwenken wir mit der Kamera mal zum Fach direkt darunter. Denn dort befindet sich ein weiteres Highlight, nämlich die Hogwarts Schlossedition. Diese habe ich mir beim Release dummerweise nicht gekauft gehabt, weil ich halt damals aber auch, man muss es ehrlich sagen, gar keinen Platz dafür hatte. Und Jahre später hat sie mir dann ein privater Sammler zu einem recht humanen Preis noch vermacht. Hinten haben wir hier im Fach daneben noch die Lego Figürchen, die es beim Toys R Us gab. Vielen Dank lieber Julian an dieser Stelle nochmal, dass du sie mir besorgt hast. Und natürlich gab es dann noch den Hogwarts Express in Lego Ausführung. Und im Nachbarsfach haben wir ihn dann in der Noble Collection Ausführung mit dem neuen Dreiviertel Wandbord. Auch das sieht richtig klasse aus, so wie die Lego Brickheads. Mir gefallen sie einfach genauso wie die Mappe des Herumtreibers oder die Karte des Herumtreibers. Und natürlich die Zauberstäbe des Trimagischen Turniers von Teil 4. Mein absoluter Lieblings-Harry Potter, ich weiß nicht, der Teil gefällt mir einfach am besten. Auch das habe ich euch natürlich in einem einzelnen Video schon vorgestellt. Guckt einfach, ich kann es gar nicht oft genug sagen, in die Harry Potter Playlist auf meinem Kanal. Hier drüben haben wir dann weitere Lego Figürchen, sowie das Sammelalbum und im Fach darunter noch Zauberstäbe und den goldenen Schnatz und ein paar Figürchen und Ansteckpins und Coins. Alles, was das Harry Potter Herz begehrt. Hier zeige ich euch nochmal ganz kurz diese Ansteckpins von den Schulwappen. Auch das sieht natürlich richtig klasse aus. Ein paar Figürchen, auch hier wieder was vom lieben Adrian und Julian. Danke nochmal, dass ihr meine Sammlung mit euren Geschenken aufgewertet habt. Ihr seht es, ich halte sie in Ehren und ich stelle sie natürlich auch hoffentlich dementsprechend zur Schau wie den goldenen Schnatz. Schmatz, Schmatz, ja und da haben wir dann noch unsere Hildwig, die habe ich geschenkt bekommen von lieben Micha und der Melanie, auch eine große Harry Potter Sammlerin und das wertet natürlich meine Sammlung nochmal auf. Jo, hier noch eine ganz kleine Übersicht von unten nach oben geschwenkt über mein Harry Potter Regal, mein Herzstück sozusagen in meiner Collection. Also das liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Und hier nochmal eine kleine Übersicht über das Wandbord, allerdings im grünen Licht. Grün gefällt mir einfach am besten, passt auch irgendwie zu so Slytherin und so und deswegen habe ich es, wenn es denn leuchtet, immer auf grün geschaltet. Und somit sind wir dann schon bei Raum Nummero 3 angelangt, dem Dachboden. Bevor es hier in den Raum reingeht, sieht man auf dem Flur noch eineinhalb Regale und dass hier rauf meine DVDs gewandert sind. Wir haben auf der einen Seite die Filme und auf dem kleineren Regal oder besser gesagt auch im kleineren Regal befinden sich dann meine Serien. Wir widmen uns zuerst dem kleinen Regal und sehen hier Tour in the Half Man ist mit am Start, sowie auch viele deutsche Comedy, DVDs, dann Modern Family, eine schrecklich nette Familie, Mr. Bean, 21 Jump Street, ein Käfig voller Narren, auch eine sehr, sehr tolle Serie. Wir haben Monk in der Komplettbox, sowie Alf ebenfalls in der Komplettbox und dann noch ein paar Schnulzenfilme. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die Serien im ersten Regal. Ja, wie gesagt, eine schrecklich nette Familie, ziemlich cool. Dann haben wir hier noch ein paar deutsche Sachen, wie die Lümmel von der ersten Bank, sowie ein paar deutsche Comedy-Stars und somit kommen wir dann zum Filmregal. Das Ganze hier ist sortiert nach Genre und ich tausche da eigentlich immer nur was aus. Wenn ich es auf Blu-ray abgegradet habe, dann kommt die DVD weg und meistens verlose ich es dann an euch, wie ihr wisst. Oder ich schenke es dir einfach irgendjemandem her. Wenn ich zum Beispiel auch bei Ebay was verkaufe, dann lege ich ab und zu mal so eine Gratis-DVD mit rein. Und gegenüber haben wir dann diesen schönen, hübschen Minions-Aufsteller. Den habe ich mal in einem Kaufhaus mitgenommen. Und da habe ich dann eben meine Disney-Steelbooks teilweise platziert. Hier gab es ja damals diese ganz coole Reihe. Und ganz oben befinden sich dann meine Minions-Steelbooks, sowie noch ein paar kleinere Minions, die es mal beim McDonalds gab. Oder auch in ein paar Überraschungseier. Ich finde die immer ganz cool und putzig. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es dann noch die unglaublichen Wall-E und oben. Und somit kommen wir dann zum Dachbodenzimmer. Und hier machen wir dann zuallererst einmal eine kleine Rundumschau. Ihr kennt ja meine Star Wars Collection bereits vom 4. Mai. Da werde ich jetzt nicht mehr ganz so explizit darauf eingehen. Nebendran haben wir noch ein größeres Regal mit meiner Deadpool Collection, John Wick Drive und noch mehr. Und ganz zum Schluss kommen wir dann zu meinen Blu-Ray-Emerays und diesen Jacken-Slip-Coveren. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz die Star Wars Collection an. Ich habe jetzt versucht, noch ein bisschen anderes Bildmaterial hier einzufügen. Für alle, die dieses Video vom 4. Mai noch nicht gesehen haben, ich werde es euch selbstverständlich in der Infobox unten verlinken. Also guckt mal rein, da gehe ich dann noch mal ganz explizit ins Detail. Ist ziemlich cool und hat sich schon über die Jahre ein bisschen was angesammelt. Ja, es sind keine Hot Toys-Figuren dabei, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist halt schwierig, von Harry Potter alles zu sammeln, von Evil Dead alles zu sammeln, von Star Wars alles zusammen, von Deadpool alles zu sammeln. Aber so hat man dann immer wieder neue Möglichkeiten, Update-Möglichkeiten, Objekten, die man hinterherjagen kann. Aber man kann einfach nicht von alles alles haben, es ist ganz klar. Aber ich finde die Collection hier von Star Wars dennoch vorzeigbar und sehenswert. Und mir ist sie persönlich sehr ans Herz gewachsen. Mein Sohn spielt auch hauptsächlich damit, vor allem mit den kleinen Lego-Sachen und den kleineren Figuren, sowie seinen Tinboxen und seinen Karten. Und natürlich sind auch die ganzen Heftchen und Sammelmappen alles so sein ganzer Stolz und unser ganzer Stolz sozusagen. Und da sind wir natürlich auch ganz froh, das alles über die Jahre so angesammelt zu haben. Und ja, beschäftigen uns ziemlich oft damit. Also Star Wars ist bei uns ein ziemlich großes Thema in der Familie. Und hier haben wir dann noch eine kleine Übersicht über die ganzen Figuren, die ich bis jetzt habe. Nichts Hochwertiges, wie vorhin erwähnt. Aber dennoch schönes Dekomaterial. Und momentan reicht das vollkommen aus. Auch der Millennium Falke und BB-8 und R2-D2 sind doch richtig schick. Dann kommen wir zum nächsten Regal, welches ihr so noch nie zuvor gesehen habt. Also eine Premiere sozusagen. Hier ist ja mein Deadpool raufgewandert. Meine komplette Kollektion, die war ja bis vor kurzem noch im Keller. Hier seht ihr die Mumien-Stilbooks. Dann haben wir noch ein paar Film-Arena-Editionen. Drive haben wir hier so ein Regal, das sich von links nach rechts erstreckt. Ich beschränke mich jetzt mal auf die untere Hälfte dieses Regals. Bad Boys. Dann Drive, wie gesagt, hier noch in der Mitte mit diesem wahnsinnig schönen Mediabook. Und natürlich auch der legendäre Schuhkarton von John Wick von Film-Arena. Dann haben wir noch Guardians of the Galaxy. Ein paar übrig gebliebene Kimchi-DVD-Fullslips. Und dann geht es weiter mit weiteren Drive-Editionen im Steelbook. Steelbook sowie John Wick ebenfalls im Steelbook. Dann haben wir hier meine Deadpool-Collection Teil 1. Hier und dann diese Super-Fotobomb-Slipcover von berühmten Filmen mit dem Deadpool drauf. Dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite noch Deadpool 2 sowie ein paar weitere asiatische Editionen von Deadpool 1. Ein paar kleine Figürchen. Hier haben wir diesen Food Truck. Den finde ich auch grenzgenial. Dann das Slipcover von Rain Reynolds unterschrieben. Und dann noch diesen mega coolen Popcornbecher vom Kino. Und dann noch eine VHS-Kassette. Die habe ich mir bei Ebay gekauft. Ja, ist ein nettes Gimmick. Ist jetzt keine echte VHS-Kassette. Sondern einfach nur ein Deko-Material, was auch leuchten kann. Ja, ich fand das richtig cool. Und ja, somit kann man seine Deadpool-Sammlung natürlich auch ein kleines bisschen aufwerten. Dann kommen wir zum hinteren Regal, welches ihr aktuell ja immer in meinen Unboxing-Videos sehen könnt. Und hier ganz unten haben wir dann noch ein paar leere Packungen. Und dann sind da meine MRAs, meine VHS-Editionen sowie meine Weihnachts-Editionen. Die MRAs habe ich jetzt in einem Fach schon doppelt gestapelt, wie man sehen kann. Da bin ich einfach irgendwann mal auf die Idee gekommen, das war so ein Geistesblitz, dass man das so machen kann. Und ja, dadurch habe ich natürlich auch wieder einiges am Platz gewonnen. Und wie man sehen kann, ja, ich habe noch Platz im Regal und Platz in der Sammlung. Also hier kann man immer noch weiter schön getrost updaten. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht mehr so viele MRAs kaufe. Ich greife da jetzt eher auf die Aktionen von Netflix oder Amazon Prime zurück, wo man Filme mal leihen kann für 2,49 oder 99 Cent. Und hier habt ihr dann eine Übersicht über meine, ja, Jacken-Slip-Cover-Editionen. Auch die habe ich euch bereits vorgestellt, einzeln. Auch das werde ich euch wahrscheinlich unten verlinken. Ansonsten gibt es einfach in die Suche ein auf meinem Kanal. Genauso wie bei dieser megacoolen Edition, was bin ich, der ewig hinterher gerannt und so stolz, die endlich in meiner Sammlung zu haben und zu präsentieren. Weihnachten, ihr wisst es auch bei mir immer, das ganze Jahr über, 365 Tage im Jahr, ein riesengroßes Thema. Und deswegen muss natürlich auch die Weihnachts-Collection zur Schau gestellt werden. Auch wenn man die so in den Videos kaum immer sehen kann. Aber sie ist da, ich sehe sie jeden Tag, ich fühle mich gut und es zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht. Und das ist doch das Wichtigste an seiner Sammlung, dass man einfach Spaß daran und dabei hat. Und hier sehen wir noch die Kevin-Allein-Zuhause-Collection oder besser gesagt das Regal. Ja, dann kommen wir zum letzten Regal on Top. Hier haben wir noch ein paar Musik-Editionen und dann haben wir noch ein paar VHS-Editionen. Sowie natürlich Stranger Things, eine wahnsinnig grenzgeniale Serie, gefällt mir gut. Und das sind bestimmt auch nicht die letzten Editionen, die hier ins Haus gewandert sind. Yo, meine lieben Filmfreunde, das war's dann mit der Cinema-Manuel-Collection-Overview 2019. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Denn die nächsten Updates stehen schon ins Haus. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.